Ich bin es, Jack Skellington und ich werde natürlich mit Stan Marley in den Halloween-Video dabei sein. Einen Werwolf und einen Skelett aus Halloweendorf. Na dann, du sind wir und da wünsche ich euch viel Spaß beim Halloween-Video. Ah, da ist unser Wolf. Hey, unser Wolf. Na, los mal direkt her, was zum Gruseln. So, wir landen direkt. Hier rein. Hm, komm, komm. Achtung. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Und los! Und los! Nicht wundern, weil... warum das ein bisschen doppelt hört. Ja, warum das ein bisschen doppelt hört. Ich hoffe, dass kein Gegner landet, weil das wäre dann richtig unfair. So. Ah, hier ist gleich eine Kiste. Boah. Ach, doch, Zukunft! Ah! Was ist denn Stan Marley? Ich hätte gesagt, achten zu, ich habe direkt einen Hexenbesen. Ah, Hexenbesen, sehr gut. Oh, hier ist sogar, hier ist so ein Raketenwerfer. Ja, ich brauche Schlüssel. Schlüssel. Ja, Schlüssel sind sehr selten hier in den Kisten drin. Bloß gut, dass ich Zero dabei habe. Der macht hier so auf Spürhund. Ja. Sagt ihr eigentlich den Film Nightmare Before Christmas? Äh, nein. Das ist ein Disney-Film. So was habe ich halt nicht geschaut. Aber ich habe gefreut, dass Jack Skellington seinen Auftritt hat. Ja. Was hättest du gefeiert? Ach, ich... Leider habe ich keine Ahnung vom Ausfall, was ich hatte. Na, morgen wahrscheinlich kommt morgen hier, äh, Michael Myers. Okay. Oh, Stufe 175 bin ich jetzt gestiegen. So, dann... Entschuldigung, das... Das ist mein Vater, der... Uppsala! Ich wollte gerade die Kiste schnappen. Ah, am Stein oder was? Am Stein, ja. Bist du auch runtergefallen? Genau wie du. Du bist auch runtergefallen. Ah, nein. Ach ja, hast du letztens auch den Vorfall schon mal gesehen, was ich da auf den YouTube-Community geschrieben habe? Ja, das ist... Das habe ich auch gewusst. Ja. Ich war für eine Hochphase. Ja. Deswegen spiele ich jetzt lieber mit... Mit dir zu zweit. Wenn... Wenn Alice... Wenn Alice noch dazu... Dabei ist da... Also, wenn ich mit Alice hier dazu gefragt habe, ob er mitspielen darf, da kann er mitspielen. Der ist hier dabei... Der ist ja immer gewonnen. Der ist immer willkommen. Ach ja, bei Honkai Starware, die ich, äh, gespielt habe, bin ich hier richtig trainiert. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Mein aktuelles Team ist, äh, Jing Liu, Hook, Serval und Bailu. Ah. Weil eine Heiler brauche ich auf jeden Fall. Ja. Wenn man einen Charakter, äh, null Leben hat, und weil sie jetzt, äh, die hier in seinem Lebenskörper wieder reduziert hat. Ach ja, und da habe ich noch Jing... Äh, Links noch dazu bekommen. Ah, okay. Das ist diese, äh, die in der Eiswüste lebt. Und hier so erforscht. Okay. Ach, und ich hatte so früher, ich hatte vor uns mal, als ich da so ein, ähm, Honkai Starware gespielt habe, habe ich ein bisserl geheult, dass, dass, ähm, dass ich verpasst habe. Uff, lol. Victoria Saint? Hallo? Oh, 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 Kürbiswerfer! Kürbis was? Kürbiswerfer, komm her, bei Victoria. Äh, ich war, ich war auch angehend, ich habe stillfische. Okay, dann kaufe ich mal für dich noch eins. Wie liegt du? Oh, oh mein Gott. Warte mal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man benutzt. Hast noch hier ein paar, ein paar Raketen noch dazu bekommen. Raketen? Ich baue das. Oh, ne Koffer! Du, Koffer! So, was haben wir hier? Eisige Schlitterpartie. Ich nehme erst mal zwei. Das ist sicherheitshalber. Oh, hier ist ne Kiste. Schlüttel! Ja, das wäre jetzt umsonst der, 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 der Raketen wäre. Mh, das war dann zu spät. Das ist dann viel zu spät. Das ist dann viel zu spät. Wo ich jetzt stehen geblieben bin bei Honkai Star Rail, aber ich habe aber viele Aufnahmen bei Honkai Star Rail, die ich hier hochladen muss. Ich bin ja immer noch beim Aufnahmehochladen mit dem, äh, Gepard. Äh, ja. Ja. Wiiiihihi. Ich rutsche mit dem Eis. Oh, hier wird geschossen. Ja, ich weiß. Aha! Weg, damit. Niedergestreckt, sehr gut. Yes! Mein Koffer hat es fertig gemacht. Oh, Schlürfässer. Ach ja, den gefallenen Flugzeug, was dort hier ist. Geste! Oh, Pizza! Ich habe Pizza gefunden. Oh, da hat jemand... Da hat jemand die Krone verloren. Krone! Warte, ich komme! Ich hoffe, dass der Sturm nicht schnell kommt, weil das wäre dann sonst unfair. Oh, nein! Oh, nein! Stannani hat so früh... ...hat sich verabschiedet. Oh, Gott! Oh, nein! Ach, na super. Das muss ich allein machen. Mit Jacks-Gelenkten. Jetzt habe ich eben jetzt die... ...die Krone. Oh, no! Oh, jetzt muss ich echt aufpassen. Das ist mir zu risiko. Das ist mir zu risiko. Das ist mir viel zu risiko, wegen dem Sturm. Ach, schade ist da, Nali. Schade, schade. Oh, Rakete. Rakete auf jeden Fall. Rakete für Jack Skellington. Das nehme ich mir. Ja, dankeschön. Ei, 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 ist da Nali. Wahrscheinlich durch deine Verbindung ist es nicht so gut. Aufpoliert. What? Ach so. Okay. Ah, viele Aufträge erledigt. Das ist sehr gut. Ah, der Sturm rückt näher und näher. Ei, 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 ei. Jetzt geht's zur Sache. Jetzt geht's richtig hart zur Sache. Nee, das war nicht zu nah. Okay. Okay, wird geschossen. Ah, ha, 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 ha. Ach so, ich dachte schon, das ist ein Gegner. Das ist nur eine Schneeflocke. Oh, nice. Meins, meins, meins. Woopsa. Alter. 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 Nee, ich schau lieber ab. Ich schau lieber ab. Uah. Ouch. Uah. Zum Glück bin ich geflüchtet. So, jetzt wird's wieder regeneriert. Upsa. Uah. 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 Oh, hier ist ein Dino. Okay, hier ist's schon mal. Oh, wieder Stufenaufstieg. Das ist wundervoll. Wundervoll. Uah. 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 Gibt es dazu ein Rekrut? Oh. Gibt es dazu ein Rekrut? Nein, wahrscheinlich nicht. Schade. Schade, schade. Wäre cool gewesen, wenn man einen Rekrut hat. Okay. Ja, wir müssen echt aufpassen. Oh, der Sturm rückt näher und näher. Das ist gefährlich. Oh. Die Gegner planen wirklich hier so eine, so eine taktische Verteidigung oder taktische Versteckse. Verabschungsangriff. Verabschungsangriff. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh. Meine. Oh, erschreckt mich nicht so, Raptor. Ah, ganz ruhig, ganz ruhig. Hm. Hm. Komm her zu Papa. Komm her zu Papa. Komm zu Papa. Hm. Oh. Oh. Oh mein Gott. Dann gehe ich jetzt schnell wie möglich in Deckung. Oh. Oh. Halt, 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 halt. Das nehme ich. Wut. Komm schnell, Raptor. Schneller. Nicht, dass wir uns erwischen. Oh. 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 Gefährlich, gefährlich. Schlüssel Okay, ich bin so gut gesichert Ich bin momentan noch so gut gesichert Okay, ich bin so gut gesichert Oh Gott Nee, da gehe ich lieber weg Da gehe ich lieber weg Help me Keine gute Idee Keine gute Idee Help me Okay Oh, jetzt war ich erschrocken. Jetzt war ich echt erschrocken. Oh Gott. Oh Gott. Fünf Spieler noch, also vier Spieler noch. Oh, mein Gott. Jetzt wird's grässlich für sowas. Oh, gefällt mir überhaupt gar nicht. Jetzt wird's grässlich für sowas grässlich für sowas grässlich für sowas grässlich. Was? Ja, 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 ich hab's gewonnen. Jawohl, mit Einzelspieler. Oh mein Gott. Oh mein Gott, epischer Sieg. Ja, das hab ich gesehen, das hab ich gesehen. Als ich ja wieder returne. Returne. Ja, nur wegen meinem DC und passte einfach an meine Krone. Als ehrlich. Wegen meinem DC. Aber auch wenn du Disconnect bist, kannst du auch trotzdem bei mir anschauen. Ja. Hab ich, hab ich gehabt. Ich schreite auf einen Skelett-Rentier. Ach ja, und bei der Arbeit ist was ganz Plötzliches passiert. Oh, was ist da passiert? Meine Kuppenleiterin hat Corona. F, F, F. Ja. Ja. Wirklich. Ja, dann schreit die Person für ihn. Ja, weil die, die hat getestet und dann plötzlich positiv. Ach du, Heimatland. Zwar mit zwei Strichen. Halt, warte, 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 warte. Ja. 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 Ja, die hat getestet. Ja. Ich will, Wappe. Na, Legendäre sind sehr selten. Und wo ich ja so, so beim Twitter hier gepostet hab, über Hook und da hab ich das hier dazu geschrieben, hat was irgendwas Ähnlichkeit wie Klee. Ja, das hab ich schon auch gewusst. Weil die ist ja auch von Element Feuer. Oh, nur einfach, okay, nur einfach eins damit. Oh, Süßigkeiten. Gegner, Gegner, Gegner. Niedergestreckt. Voll auf den Hintern geschossen. Ungewöhnlich. Let's go, ich hab gerade Kekern. Bin ungewöhnlich. Ich hab voll auf den Hintern drauf geschossen. Kloster, Kappa, Leu. Aber da hab ich es nicht gesehen. Aber ich hab's geschossen. Aber ich will, will ich das nicht. Äh, du hast ne Kiste übersehen. Ja, echt gewesen. Boah, so ich soll Süßigkeiten essen. Deswegen ist es ein Auftrag. Upsala! Schwerkraft. Wo ist der Gegner? Ah, hier ist ein Gegner. Wo ist er? Wo ist er? Weg damit. Oh, sehr gut. Aha. Ach, das ist ein Autofahrzeichen. Da auch. Läuft. Puh. Wer hat da niedergestreckt? Mega Crash. Da ist er. Yo. Es ist. Puh. Voll auf den Kopf geschossen. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist irgendwas mit diesem Autofahrzeichen war das. Oder wahrscheinlich, also Bluthund oder hier dieses, äh, diese hohe Schaden. Ja. Wo ist er? Voll ins Wasser. Ach so, das ist dieser Bot. Ja. Ja. Und Stufenaufstieg. Und Stufenaufstieg. Ouch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm schnell. Ja. Ah, ich bin Gott. Ah, hier geht's oben. Hier geht's unten. Schnell, Jack. String ihn. Oh yeah, baby. Und noch mehr oh yeah, baby. Ne Kiste. Äh, 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 ein Koffer. Oh, Raketen, Raketen, Rakete. Rakete. Also beim, beim Scharfschützen bin ich kein Fan dafür. Deswegen wird's mir schlecht. Na, das ist ein Bot. Okay. Das ist ein Bot. Ah, hier ist eine Kamera. Und, Auftrag erledigt. Du bist erledigt. Das war ein Bot. Aber nicht, noch nicht mal hier, ähm. Äh. Speed-Mode. Speed-Mode. Zu scharf. Zu scharf, zu scharf, zu scharf. Dieser Pfeffer-Nutz-Mormon. Ja, das ist so, das ist, man sagt mal so, das ist wie die Chili. Das ist wie Chili. Ja. Was? Head. Los. Bist du's noch nie? Ja. So, was haben wir hier? Oh, Geschäftssache. Oh, zwei Koffer. Sehr gut. Oh, zwei Koffer. Oh, drei Koffer. Oh das ist das in der Berge So So weg damit Nimm du mal die Karte bitte Ja ich habe Ah ok Da kann ich was direkt nutzen Ja da kannst du hier diese Wetterfeuersagen hier so sehen Ja das ist kurz Spoiler halt oder so Fuck Ok das ist auch safe Kannst du die Sturmaufsagen Ist gut Sturmaufsagen genau Oh ich muss unbedingt hier ähm Schrotflinten Munition finden Ich habe nur 5 davon Ok was ist das Shitbrecher Shitbrecher EMP Granate Ich schlage mit nem Regenschirm What the hell Oh diese spezielle Schrotflinte Was ist so Ohhhh Ich habe Schrotflinten Munition Oh hier ist May Hey du hast den Schrotflinten Hey du hast den Schrotflinten Ich habe doch hier einen speziellen Schlürfsaft Achso man muss was freischalten mit dem Auftrag Super Schrotflinte Ok Oh da benutzt jemand hier eine Neustartbus Oh da benutzt jemand hier eine Neustartbus Ja Ah Huh Huh Wie ist das Ich frage mich eigentlich mal bei dieser spezielle Schrotflinte Heilt man ein bissl Alter Ja 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 Das ist wunderbar Wahnsinn Doppelter Schrotflinte Oh doppelter Halloween Wahnsinn Aber das ist wahrscheinlich diese Schrotflinte Das ist so eine Vampirschrotflinte Wahrscheinlich heilt es ein bissl wenn man getroffen hat Seine Kiste Uh Schonmal Wieder eine Haftgranatwerfer Wow Ok Na wo ist das Ne Haftgranatwerfer das Ich bin nicht so ein Fan dafür Ich mag eher lieber diese Halloween-Raketenwerfer Ja Hast du eigentlich auch gewusst dass es bald hier den nächsten Season wieder so ne Season 1 Kapitel 1 wieder kommt so was? Äh Wehe ich nicht aber Ich will es auch nicht Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach der fährt weg Aha Gegner Feigling Das war aber nicht der Auto Aber Aber das Auto ist schon geflogen Ja aber das war aber nicht der Auto was was wir da treffen Ja Ach Das war leider das auch nicht das Auto das wir treffen Man So ein Feigling Ja Aber das Auto wird weg gelossen wurde BUUUUUH Eckenpresen Schnell weg von der... von der Scharfschützen! Alter, weil du Sniperst! Von... ich glaube nicht... ich weiß, dass du deine Schwierstelle hast... Sniper... Da kannst du ein bisschen angeln Oh, ganz ruhig Wenn kein Gegner hier in der Nähe ist Was ist denn Pistole? Den geht durch Von der Waffe gibt's Drogen Ich muss aufpassen, dass... Schalke-Depte? Wegen den... Sturm... muss man echt aufpassen Ich hab zu Glück noch, ähm, zwei Schlürf-Säfte Okay, dann kannst du die Krischer nehmen Und Shoot-Packs Gut gekötert Gut gekötert Aber als ob ich das heute geschafft habe Und direkt auch noch einen Kronen-Sieg gehabt Ja, du... eigentlich das war meine Krone Na, durch den Disconnectest bist du plötzlich weg Ja... Ja... Ich muss den... ich muss den... ich muss den euch dann... Minimalern Vorsicht... der... Sturm kommt Ja... ich... ich hab ja erstmal Schildfische mitgenommen Du hast... du hast doch... äh... halb... halb Schild oder sowas Ja... hab ich Warte mal... Ich... ich dachte es wär... Gegner, 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 Gegner Oh oh... Gegner, Gegner, Gegner... Oh oh... Oh oh... der benutzt den Rambock Ich muss nachladen Ah, da ist er Ja... 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 Na, das ist ein Bot! Frage jetzt nicht... Ob ich ein Bot... Wir müssen den Rambock haben Aber wir... Wir geben erstmal nur ein paar Zähne, oder? Oh... Ich hab noch mal Hilfe gegeben Okay, der ist oben Die sind oben Wup wupser Oh, noch mehr von diesen... Fässern Hm? Oh... Der ist wieder Hm? Was ist denn du? Wupser! Wo ist er? Hey... Ich hab's gerade mal hier nicht West! Hast du ein Feigling? Zone kommt Zone! Schnell! Teuer, Schitz! Er schiegt sich jetzt! Kommst dann noch nicht schnell! Ja... Ich durfte mir jetzt weiter Ich hab' ne Schiefling jetzt gehabt Uupser! Vorsicht, der schießt! Ja, Vorsicht! Einer schießt nach oben Einer schießt direkt von oben Komm, lieber Komm, lieber Schief, 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 schief Komm, lieber Komm, lieber schnell Oh Gott Oh Gott Schief, 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 schief Ach, da bist du Was? Oh Gott! Was? Oh Gott! Alter! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! You cannot do it, but you can't hide Schief, 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 schief... Oh Gott! Da fliegt einer! Schief, 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 schief! noch acht spieler noch hier ist eine treppe raus Oh, ich habe schon wieder Bots. Ich gehe lieber auf die Nummer sicher. Ah, da ist wieder noch dieser Eishand von My Hero Academia. Stimmt, meine Academia ist er eigentlich da angekommen? Auf Pussy Max. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich geschaut habe. Zwei oder drei. Keine Ahnung. Oh Gott. Ja, also nicht. Ich mag die... die... ich mag meistens immer die weiblichen Charaktere von My Hero Academia. Okay, ja. Auch wie ein Weibseher... ist ein Frosch. Mir ist es diese... diese... diese zukünftige, die so wie ein Cyborg aussieht. Ja. Aber wir sind nicht in der... Die sind nicht in der Tonne. Oh oh, gefährlich. Oh Gott. Ich dachte es wäre... ich dachte es wäre ein Gegner, aber es waren nur... ...wann das Blätter gewesen. Fliegende Blätter. Ja. Man denkt ja, ob es ja ein Gegner ist oder nicht. Ah! Gib mir noch mal Sturm erfassen! Ah, der ist nicht dumm erfasst? Sehr gut. Ja. Der, der, der erinnere den Grundtyp. Aber sei da. Oh mein Gott. Jetzt wird's gefährlich. Ja. Jetzt wird's tödlich und gefährlich. Ja. Ja. Was war der Satz? Äh... Im Gebüsch. Im Gebüsch. Im Gebüsch. Autsch! Ich wusste, dass es im Gebüsch da ist. Hier, wir wissen einen kleinen Überraschungsantriff. Nein! Der ist nicht in den Gebüsch. Der ist nicht in den Gebüsch. Gerade. Hätte ja gar kein Geld. Ob hier irgendwas angekramt ist. Aber... Ich nicht probiere erstmal das. Oh lol! Da kämpfen sie! Da kämpfen sie! Oh oh! Da kämpfen! Da! Schnell! Seil! Ja, Seil! Geh du! Geh du zuerst! Okay. Geh du zuerst! Nein! Geh du zuerst! Nein! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ja! Ja! Unter ihn! Unter ihn! Unter ihn! Da ist einer! Ja! Ja! Jawoll! Dein zweiter Sieg! Dein zweiter Sieg! Und ich bin tot! Jawoll! Nice! Jawoll! Aufsinn! Du! Dein zweiter Sieg! Du!